Auf die Zeit mit ganz vielen Ministranten und natürlich auch auf den Papst, dass wir den mal sehen. Natürlich sehr schön wird da morgen die Messe mit unserem Diözesan-Bischof, Dienstag natürlich die Generalaudienz mit dem Papst. Es ist eine Ehre, dass die Ministranten extra Audienz bekommen. Es ist nicht selbstverständlich, aber dass sich Papst Franziskus Zeit nimmt für die 60.000 Ministranten, schon eine schöne Sache. Das wird es einfach alles mal sehen, dass man alleine in Rom ist. Das ist einfach cool. Ich war noch nie in Rom, also das stelle ich mir einfach voll cool vor. Jetzt erst mal erholen, jetzt den ersten Tag und dann vielleicht morgen den Gottesdienst, der ist bestimmt voll schön und die Papstaudienz, also übermorgen.